Okay, natürlich poche ich immer auf das Gewicht, was man nutzen soll und sage hier, trainiert schwer, aber letztendlich machen wir ja ein Training für den Look. Das heißt, wenn du geil aussiehst, fragt dich ja keiner am Strand, was du hebst oder was du drücken kannst, seitdem er es nicht hat, ich hatte ja eine Gurkung gemacht. Deshalb, ich nehme jetzt auch noch einen ganzen Turm, mehr geht ja hier nicht in den Verein und werde irgendwie 30 Wiederholungen machen, vielleicht 40. Und das ist meine Übung für Unterarme, für Bizeps, für hintere Schulter und für den breiten Rückenmuskeln und den unteren Rücken. Eine Übung. Okay, für alle, die wenig Zeit haben, das ist die optimalste Methode. Okay. Okay. Okay.